Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sandro Julian Stadelmann, der Geschäftsführer der Mr. Immo GmbH Wien und der Geschäftsführer der Stadelmann Exclusive Dubai. Zu meiner Linken haben wir die Frau Petra Radu, unsere Sales-Direktorin, unsere Verkaufsgöttin, die Sales-Maschine schlechthin. Gute Neuigkeiten, wir haben in einem der Projekte, in denen wir zahlreiche Wohnungen verkauft haben, nun selber zwei Wohnungen erworben. Im Projekt Oxford 212 und da werden wir jetzt die Kaufverträge unterschreiben. Das werden wir jetzt feierlich dokumentieren. Viel Spaß, Kamera ab! 65 Quadratmeter Wohnfläche, 55 Terrasse im sechsten Stock, toller Ausblick, Jacuzzi am Balkon in einer passablen, coolen Lage, wirklich top. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, ein sensationelles Projekt. Ich bin einfach glücklich, dass wir da gekauft haben. Zwei Units gekauft, also das werden wir dann wirklich auch, glaube ich, gut vermieten können. Ich werde es nicht dauerhaft vermieten, ich werde schon so ein Airbnb draus machen, weil ab und zu werde ich selber dort mal auf der 55 Quadratmeter Terrasse eine coole Grillparty schmeißen, wenn meine Freunde aus Österreich da sind. Und was willst du machen mit der Wohnung? Ja, auch kurzfristig vermieten auf jeden Fall, ja. Perfekt. Magst du sagen, wie viel sie gekostet hat? Eine Money-Maschine willst du draus machen, ja. Magst du sagen, wie viel die gekostet hat? Wie viel hat die gekostet eigentlich, umgerechnet in Euro circa? Ja, circa mit dem Jacuzzi. 190.000 sowas? Ja, sowas. 195.000, ja. Um die 190.000, 195.000 Euro. So, jetzt gehen wir ran ans Unterschreiben. Das ist ja jetzt nicht dein erster Kaufvertrag, den du so unterfertigst. Wie fühlst du dich? Gut, es ist immer ein schönes Gefühl. Es ist einfach für mich eines der coolsten, tollsten Gefühle, wenn ich weiß, ich lege Geld gut an. Geld ausgeben ist ab und zu lustig, wenn man sich irgendwie coole Urlaube gönnt, irgendwelche Luxussachen, Louis Vuitton und so weiter. Aber mir macht es immer am meisten Spaß, wenn ich Geld investiere. Wenn ich wirklich weiß, ich gebe Geld aus, ich investiere Geld, also ich überweise jetzt Geld auf ein Treuhandkonto und bekomme aber in einem Jahr eine coole Immobilie dafür. Also das ist schon ein echt, echt geiles Gefühl, eins der coolsten Gefühle. Ich habe ja doch schon einige Wohnungen gekauft und baue weiterhin das Portfolio auf, kaufe peu a peu dazu, so wie du auch. Und ja, finde ich echt ein geiles Gefühl. Wie geht es dir dabei? Ja, ich finde auch. Also ich kann dir da nur beipflichten. Ist schon, also vor allem da, wo wir herkommen, also ich hätte mir nicht gedacht, dass wir es schaffen, beziehungsweise ich habe es mir gedacht, ja, aber trotzdem, wenn es jetzt gelebt wird und wir sagen, gut, wir kaufen wirklich Wohnungen dazu und bauen unser Portfolio auf und wollen es dann vermieten oder weiterverkaufen oder wie auch immer, ist schon ein megatolles Gefühl, ja. Schon ein gutes Gefühl. Stolz auf uns sein, ja. Erstens können wir stolz auf uns sein. Jeder da draußen kann stolz auf sich sein, wenn er mal Wohnungen kaufen kann, oder Wohnungen kauft. Aber das andere ist auch, mir gibt es ein Gefühl von Sicherheit, weil ich weiß, wenn die Wohnung dann fertiggestellt ist und ausbezahlt ist und vermietet wird, dann gibt es echt ein sehr, sehr schönes Nebeneinkommen. Apropos, um wie viel kann diese Wohnung vermietet werden? Ja, ich würde jetzt einmal so schätzen, zwischen 2.000 und 3.000 Euro. In der Kurzzeitvermietung wahrscheinlich irgendwas, ja, so im Schnitt zwischen 2.500 und 3.000 Euro im Monat, würde ich jetzt einmal sagen im Schnitt. Was sagst du? Ja, also hängt natürlich von der Ausstattung ab, von der Möblierung, für welchen Stil man sich entscheidet. Aber ich glaube, das werden wir ganz, ganz toll machen. Und ja, in der kurzfristigen Vermietung, was wir ja beide auch vorhaben mit den Wohnungen, pendelt sich dann ein zwischen 2.500 Euro, und 3.000 Euro im Monat. Top, das ist ein schönes Nebeneinkommen. Das ist mehr, weit mehr, als die Durchschnittsösterreicher verdienen im Monat. Mit einem Kaufpreis unter 200.000. Ja, das ist weit über 10% Rendite. Also ich bin echt froh und glücklich über den Kauf, freue mich echt schon auf die Money-Maschine. Es ist nichts anderes, was man sich da generiert. Eine Money-Making-Maschine, was einfach jeden Monat ein fixes Einkommen produziert. Du hast einfach Realwert, du hast Ziegel, du kannst es jederzeit weiterverkaufen, jederzeit vermieten, kurzfristig oder langfristig. Und es ist einfach eine tolle Wertanlage mit Wertsteigerungspotenzial. So, letztes würde ich sagen, ran an die Unterfertigung. Aufwärmen, Finger durch, Blennen, Echt jetzt? Ja sicher, es sind ja viele Unterschriften. Na gut. Ehe nur 56. Und jetzt? Herzliche Gratulation. Vielen Dank. Nachbar. Nachbarin. Danke sehr. Da kannst du stolz auf dich sein. Echt toll gemacht. Super. Du kannst auch stolz auf mich sein. So Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war es zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal. Und wenn ihr jetzt Blut gelegt habt und sagt, Mensch, in Dubai eine Immobile zu kaufen ist spannend, dann meldet euch jetzt nochmal an zu einem kostenlosen Beratungsgespräch unter www.stadlmann-exclusive.com und wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon bald hier in Dubai bei einem gemeinsamen Kaffee. Bis bald. Euer Team Stadlmann Exclusive. Bis dann. Ciao. .